Wo hängt man am besten einen Barometer auf? Im Prinzip ist es egal, denn der Luftdruck ist im Zimmer immer gleich, aber an der Außenwand ist die Luftfeuchtigkeit doch höher und man erkennt früher, ob eine Schimmelbildung oder ob sich Schimmel bildet, denn ab einer Temperatur von 20 und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit steigt die Schimmelgefahr und bei 60 Prozent ist diese noch höher. Von daher am besten an die Außenwand hängen, lasst ein Abo da bei Wissen4U.